Ihr seid sehr herzlich willkommen in diesem wunderbaren Sonntag. Ihr seid in der lebendigen Hoffnung internationalen Gemeinde. Es ist ein Ort, wo Gott verschiedene Menschen hergebracht hat. Und die sind mit der Flagge, die Sie von rechts und rechts sehen sehen. Und diese Vision, dass dieses Haus ist ein Haus für alle Nationen. Halleluja. Das ist ein Gebethaus für alle Nationen. Wie geschrieben in Isaiah 57, Vers 6. Wie geschrieben in Isaiah 56. Und die leitende Worte für die lebende Hoffnung, die Name der Kirche, kommt von 1 Peter 1, 3. 1, 3. Das sagt, wir haben eine lebende Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Halleluja. Praise the Lord. So, Ihr seid alles herzlich willkommen. Und fühlt es euch zu Hause. Halleluja. Ich habe die Möglichkeit, euch zu leiten, geben und annehmen. Halleluja. Amen. Es ist geben und annehmen, immer wenn wir übergeben und annehmen sprechen. Und das ist geben und nehmen. Denn geben ist eine Übung, eine Bund des Übens. Halleluja. Amen. Giving ist eine Übung des Übens. Und Gott hat zu Abraham offenbart, dass er ein Jehova Jire ist. Und ich spreche das aus Deutsch oder Französisch. Und das heißt, Jehova Jireba. Which means God my provider. Das heißt, God my provider. Let's open our Bible to Genesis chapter 15 and verse 1. Let's open our Bible to Genesis chapter 15 and verse 1. There is a very interesting story there. There is a very interesting story there. What comes before this verse that I want to read is actually, let me, let us not go and read everything, but God, Abraham went into a war and then, and then he, and then he, he, he brought, he came back from the war and he was met by a priest, a priest of Phalem who called Mekisedek. And after that, Abraham gave, gave to Mekisedek a tenth, the tenth of his, of his income. So he, in the chapter 14 is the story of that one. So after that, the Bible says in chapter 15, verse 1, after this thing, the word of the Lord came to Abraham in a vision, fear not Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. Alleluia. Christ in hand. What, 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 what Abraham has answered in a situation where the king, the king from, from whom he, he, he regained the, the spoil, wanted to give him the, a part of the spoil. And he said in verse 14, 24, I would take nothing but what the young men have eaten and the share of the men who went with me, let Edna, Aner, Eshol, and Mamre take their share. Verse 44, it says, that I will not take a thread of sandal, strap or anything that is yours, less you should say, I have made Abraham rich. Aber davor steht geschrieben, dass in verse 23 steht geschrieben, das ist von allem, was dein ist, nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reist gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben, doch lasst die Männer, Anna, Eshol, und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. This is a situation where Abraham acknowledged the God who called him and said, he is my, he is the one who is the source of my provision. Und das ist die Geschichte, dass der Abraham erkannt, dass der Herr ist seine Versorger. Und er hat diese Zehntel gegeben. Er hat eine Zehntel in dieser Geschichte, und wenn wir die Geschichte lachen, wir verstehen, dass er eine Zehntel nicht von der Späne, weil er nichts von der Späne genommen hat. Und in dieser Geschichte, wir haben gelesen, dass er diese Zehntel gegeben hat, nicht von dem Rest. Not of the spoil, not of the spoil from the war. Also nicht von der Beutel, von der Krieg. Because he gave everything, he said, I will not take even a shoe thread. Er hat gesagt, ich gebe alles, aber nicht von diesem Faden, von der Schuhe. He hat gesagt, I will not even take a shoe thread from you, that God will be given the credit for my wealth. Only God. Nur Gott kann das geben. Und er hat gesagt, er wird keine Faden nach noch einen Schuhremen nehmen. Halleluja. Amen. I believe that this statement and this attitude of Abraham moved God to what happened in the verse 15. Und ich glaube daran, dass diese Aussage kennt der Gott. This attitude of Abraham in this situation moved God to come into this, to seal this covenant of blood with blood as he did, as he had in verse 15, in chapter 15. Weist the God, that this, that this bond. He brought him down and showed and reminded him of what he has with him. Er hat das Juhel gebracht und ihm daran erinnern, was er mit ihm hat. In the verse 2, he says, 15, 2, Abraham said, O Lord, what will you give me for I continue childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus. In verse 2, sagt Abraham, sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus mit mein Haus besitzen. Verse 5, and he brought him outside and said, look towards heaven and number the stars. If you are able to number the stars, then to number them, then he said to him, so shall your offspring be. In verse 5, er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und zeigte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein unzählbar. In the tide, in the tide, Abraham showed, he made a demonstration and with this declaration, and backed with this declaration, God is my provider. In this demonstration, Abraham sagt, God is my versorger. He gave the tide to a priest, Melchizedek. Und er hat zu Melchizedek sein Zendel gegeben. And he said, I will not take anything from you kings, so that you will not say that you made me rich. Und er hat gesagt, ich will nicht von dem nehmen, damit du siehst, dass ich dies reich mache. Because God is my provider. While God is my versorger. With the tide, you come into the common covenant agreement with God. Mit diesem Zendel, wir werden in diesem Bund mit Gott haben. Und ich glaube, dass Abraham diese prophetische Vision hat. Es war kein Gesetz, den Zendel zu geben. Aber dieser prophetische Verstand, er hat den Zendel gegeben. Und er hat das in Generation zu Generation gelehrt. Aber Gott hat das unter diesem Levitischen Priester als Gesetz gegeben. Als er dieses Gesetz von Moses gegeben. Und das Gesetz, das nur bestätigt hat. Das ist nur ein Prinzip von Gott. Wenn du dein Zehntel gibst, wenn du dein Zehntel gibst, du redimmst die neun Orders. Wenn du den Zehntel gibst, dann erkaufst du dann den Rest. Okay, thank you. Halleluja. Amen. So you separate them from the system of the word. Also du willst das von der system dieser Welt ertrennen. We understand in the Bible that the word belongs, the word was given under the authority of the devil. Wir haben verstanden, dass das Wort, the world, also diese Welt hat unter diesem Feinde gegeben. And the Bible says that the devil said to Jesus, if you bow before me, I will give you the world and all the kingdoms of the world. The Feinde sagt, wenn du von mir beugst, es wird die ganze Welt zu dir geben. We können das in Matthäus Kapitel 4 lesen. The devil was right. The world belongs to him. The kingdom of the world and their system and their treasures belongs to the devil. Ja, und der Feinde hat recht. Diese Welt gehört ihm. But, and so is the bank system and the money and the currency system. Und das ist das System der Bank, das Geld, das Währungssystem. When you give the tenth of your income, when du diese Tenth dein Einkommen gibst, you separate your income from the system of the world. Du willst dieses System von diesem Welt trennen. It means to redeem it. Das heißt, das zu erlösen. Through this covenant practice. Durch diese Bund. And you acknowledge God as your source. Und wir werden als Gott unsere Versorger erkennen. Halleluja. Amen. This is one of the revelations that we should get out of the Tithe. Und das ist einer, das wir von diesem Zehntel als Offenbarung nehmen. And above the Tithe, we give offering. Und wir geben Offenbarung und Zehntel. Because the Tithe is God's part. It is God's. Und das ist nicht, it is not that we give, we pay. Das ist nicht, was wir bezahlen, sondern das ist ein Teil von Gott. Halleluja. Amen. And we give the offering, but we pay the Tithe. That is the difference. Wir geben die Opfer und wir bezahlen die Zehntel. Halleluja. Amen. So our offering is to allow increase in the church, to give possibility for the church to reach out also. Unsere Offer gibt uns Möglichkeit, die Gemeinde was zu geben. And to also reach out to the orphans, to the needy people outside. Um zu helfen, zu unterstützen, die Menschen zu erreichen. Halleluja. Amen. So I want you to, I want to invite you to come into this covenant with the Lord. Und ich lade euch an, in diesem Bund zu kommen. In the covenant, in the finances, he says, if you give me the 10%. I will protect the 90% that you will keep. And this covenant is in the blood, filled with the blood of Jesus. Und dieser Bund ist von dem Blut Jesu besiegelt. Concerning everything in our life as well. Everything that we do as children of God, brought by the blood of Jesus Christ. Und alles, was wir als Kinder Gottes tun, wird von unserem Herrn getaucht. Halleluja. Now if you have, I want you to prepare something that you have brought to in the house of the Lord. And if you need an envelope, lift up your hands and the ushers will give you one. Halleluja. Amen. And let's welcome the choir who will lead us in with the song. In the living hope, by the way, in the living hope, when we bring our offering, we come from the back, we go this way and then we go back. Also wenn wir hier unsere offer geben, bitte anfangen von hinten und dann nach der Reine. We come this way, we give, and then we go back this way, back to our seats. Wir gehen hier vorne und dann wir laufen so zurück zu unserem Sitz. Halleluja. Amen. And we come in with dance, dancing and thanksgiving. Wir kommen mit Tanz und Danksagung. For we know that God is our provider. Dass wir wissen, dass Gott ist unsere Versorger. And our giving is our practice of the covenant. Und unser giving ist eine Übung des Bundes. Halleluja. Let's be on our feet and let's pray of our gospel. Heavenly Father, Lord, I thank you that you have given us that we can give. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gibst, dass wir weitergeben können. For you are the one who ministers seed to the sower. Weil du diejenige, die der Samen gibt. And you give bread to those that eat. Und du gibst auch der Brot für diejenige, die isst. Lord, I thank you that you will reveal yourself what it means to be in covenant with you. Und danke, dass du offenbarst was das heißt, diese Bund des Geben. I thank you for everyone of us who have decided to be in this covenant with you concerning our finances. Und danke für diejenige, die es entschieden hat zu geben. Lord, I pray that you will bless this seed that we are sowing. Und wir beten, dass du diese Samen segnest. You are a covenant keeping God. Du bist einer Bund Gottes. As you say in your covenant you will open the windows of heaven and pour out blessing to those who pay the tithes. as du sagst, dass du die Bund bist, dass du diese Schleuse von him öffnest. We thank you, Lord, for you are faithful and righteous in Jesus' name. Amen. Come and bring your offering with thanksgiving and with joy. Lass uns mal unsere offer und zentren mit der Freude und Danksfagung. Amen. Wunder in Jesus' name Wunder in Jesus' name your Kind and your Frommer den w crush wi woo were sud Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.